Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Februar 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Koldhausen. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 44 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 450 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017